Aaaaaaaarrrr... Fest! Magst du? Ah, es gibt einen Rehbogen! Kürbens! Ne, die beißen schon nicht. Hier ist alles. Was siehst du jetzt? Sie sind Reden. Sie weißen schon. Es gibt Verbot hier mit Hand geben. Keine. Das ist Frau. Hast du Wüte? Wir haben Wüte davon. Nein, nein, Schatzi, sie ist in meiner Hand. Nein, ich weiß, dass sie nicht sind. Warte. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Nein, ich weiß, dass sie nicht so will. Das war's für heute. Die Musik der Klinik ist seit 4 Jahren. Die Musik der Klinik ist seit 4 Jahren. Die Musik hat sich in die Klinik aufgrund der Corona-Klinik. Das ist ein Geist-Bof. Das ist ein Geistbock, ein Geistbock. 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 Das ist 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 ein Geistbock. Es kommt euch das. Man macht schonen die Geminckung. Das ist ein Geistbock. Seht's auch. Er ist immer vorne. Er wird so träumen mit Holz bauen. Was bedeutet es? Die das geht. Er ist gut. Das ist so cool. Jägeri der Jalko Sie sind bald, die du Jägeri der Jalko jägeri der Jalko Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Was? Verboten, oder? Wieso? Sind wir hier? Was? Was? Nein, ich habe das gelesen. Lebenstraum, Hochmoor, Lebenstraum. Wer ist Torf? Was ist Torf? Wie wird das Moor genutzt? Genutzt, okay. Es regnet, dann geht es ins Wasser. Dann kriegen die Bäume und sie fließen es. Dann verdunstet das Wasser, geht wieder in die Wolken und regnet wieder ab. Dann ist ein Kreis. Deshalb müssen wir Bäume aufpassen. Ohne Bäume gibt es kein Wasser, kein Regen. Keine Luft. Keine Regen, oder? Regen schon, es regnet ja. Ja, aber zum Beispiel in arabischem Land gibt es keine Regen. In zwei, ein Jahr, nur ein Tag. Deshalb wächst dann nichts. Ja, keine Bäume, oder? Genau, deshalb wächst dann keine Bäume. Ja, Bäume ist richtig. Jetzt machen wir Geburt. Okay. Dann ist es nicht immer so schwierig, weil wir passen können. Ich brauche auch, oder? Wir haben aber keine Messer mitgenommen. Wir haben auch kein Brot mitgenommen. Wieso? Haben wir nicht genug? Ich nehme ein paar... Ich nehme ein paar... Schnapp. 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 Das ist richtig. Nein. Das ist ganz schön. Loser? Ich habe meine shin. Wir haben einen Brot! Sie haben auch einen Brot. Nein. Ja. Samen. Danke. Ja, ja, habe ich gesagt. Pico. Ja, das ist aber nur von der anderen Seite der Auge rein. Von ganz frühen Regen. Hast du heutzutage? Das ist so cool zum Hinten chillen. Kannst du viel besser fühlen. Du darfst einen Hinten chillen. 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 Noch einen großen Zauber. Geh mal wieder ab. Geh mal die anderen Pärrechte ab. Komm, die Tante Belli ist auch schon raus. Schau, die Tante Belli ist auch schon raus. Hä? Will? Nein. Aber es ist gefährlich, oder? Ja, nein, nein. Hä? Kommst du? Das Ding. Ja, guck dort steht das. Okay, okay. Kannst du das nächste Mal lassen? Genau. Kannst du das nicht mal lassen? Das kann ich auch. Kannst du? So. Hm? Kannst du? So. Hm? Ich möchte es auch nicht. Ich möchte es auch nicht. Ist das Schleichen gehen? Aber es mag glaube ich nicht, weil es geht so weg. Ja. 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 So. Ja. Uhm? Ja. Auch die Bibliothek Biene, wie heißt es? Sie sind gefährlich? Nein, nur wenn du sie bedrohst, wenn sie sich bedroht fühlen von dir. Darf ich gerne? Wenn du sie schlägst, dann kickst du. Bist du sicher? Ja. Von meiner Heimat ist es gefährlich. Die sind nicht gefährlich, nur wenn du sie bedrohst. Dann ist es gut. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin schon sehr lange in Deutschland. Ich kenne jetzt so lange. Komm. Komm, Samri, langsam weg. Oh mein Gott. Sind sie lieb? Ja. 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 Na, kannst du mir schaun? Hm. Ja. Gut. Bitte, 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 hier bin ich. Ja, da ist es wieder. Gib sie mir. Ja. Ja... Mach' nicht hin. Oh, sie sind warm. Meine Wurst oder Gürtel. Oh, schön. Schön, oder? Deshalb müssen wir uns genau belegen. Wenn das funktionieren sollte... Ich bin online später. Nicht online, genau im Video. Ja, schau. Aber wisst du nicht, das geht auch fast zu einem Jahr. Ich nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Das ist gut.